Herzlich Willkommen in Embrach. Als Inhaber von ganz Baukrami KG leitet das über 200-jährige Familienunternehmen in der 6. Generation. Unser Sortiment besteht aus Schmini, Schminiöfen, Kachelöfen sowie keramischen Wand- und Bodenbelägen. Wir führen das grösste Schmini, Schminiöfen und Kachelöfen Sortiment in der Schweiz. Auch für Ihren Geschmack finden wir eine bestimmte richtige Lösung. Unsere Auswahl von 70 Schminiöfen über 1200 Ausführungen ist einzigartig. Wir führen auch massgeschneiderte Heizkassetten zur Sanierung Ihrer bestehenden Schmini. Auch in der Auswahl von Schminiöfen sind wir führend. Alle unsere Kachelöfen sind einzeln fertig und werden individuell nach Kundenwunsch geplant. Unsere neueste Kreation Impuls entspricht dem heutigen Trend der Innenarchitektur. Bei unserer Produktion werden die Aufkacheln traditionell noch von Hand hergestellt. Die ganze Baukeramik AG hat das grösste Platten-Sortiment der Schweiz. Als Plattenhersteller ist unser Sortiment einmalig in Sachen Auswahl, Formate und Farbe. Wir führen Wand- und Bodenplatten für jeden Bereich. Sei das Badzimmer, Küche, Wohnen, Aussenbereich und Terrassen. Genauso wie für den Geschäftsbereich. Wichtig sind unsere erstklassige Kundenberatung mit erfahrenem Fachpersonal. Top-Qualität und pünktliche Lieferung gehören selbstverständlich zum Service. Alle Platten sind kurzfristig lieferbar. Über 6'000 Paletten warten auf Sie. Selbstverständlich haben wir neben Dembrach noch weitere Ausstellungen in Basel, Chur, Gisiken, Horgen, München- und Buchsee, Mägenwil und in St. Gallen. Wir freuen uns, Sie in einer unserer Ausstellungen begrüssen zu dürfen.